Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 8. April 2018? Heute ist ein Schicksalstag. Ich nenne das als Schicksalstagen, weil das beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Schicksal. Was bedeutet das? Wir Menschen haben Träume, Visionen, Sehnsüchte, Wünsche. Und es gibt Menschen, die daran glauben. Und diese Menschen kann man gar nicht ablenken, weil sie setzen ihrem Wunsch als Ziel und die verfolgen ihren Zielen, weil die daran glauben. Und sie erreichen das auch. Und diese Menschen haben Erfolg im Leben, weil sie leben ihrem Traum, ihrer Vision. Und durch die Mondbewegung gibt es bestimmte Tage, wie die heutigen Tage, diese Schicksalstagen, wo wir das fühlen. Es gibt Tage, wo dieser Wunsch, dieser Traum ganz nahe ist. Und da haben wir das Gefühl, ja, das ist erreichbar. Dann, an solchen Tagen glauben wir das auch. Und dann gibt es Tage, wie heute, wo wir das Gefühl haben, das ist so weit weg, das ist unerreichbar, das ist so hoffnungslos. Und genau in diesen Schicksalstagen brauchen wir die inneren Kraft, dass wir das Ja nicht aufgeben. Und in solchen Tagen, wenn alles so hoffnungslos erscheint, weil wir dieses Gefühl bekommen, sollen wir das überwinden. Und da Kraft zu zeigen, nein, ich gebe nicht auf. Ich glaube in diese Vision, ich glaube an diesen Traum. Aber die meisten Menschen sagen dann, ich erreiche es sowieso nicht. Ich glaube nicht daran. Das steht mir gar nicht zu. Und wir sollen verabschieden von diesen Sätzen, sondern wir sollen an diesem Traum, an diese Vision glauben. Natürlich muss das realistisch sein, selbstverständlich. Sonst ist das eine Illusion. Aber es gibt viele Wünsche, was auch realistisch ist. Und wenn das so ist, dann ist es auch erreichbar. Also heute brauchen wir die Kraft, über diese Grenze zu gehen, dass wir das Ja nicht aufgeben. Und die Einflüsse von Sternen sprechen dafür, dass wir gute Einflüsse haben, besonders was die liebe Partnerschaft betrifft. Mars und Venus steht in einer harmonischen Verbindung und verbindet sich zwei Erde-Elemente. Tierkreis zeichnet Steinbock und Tierkreis zeichnet Stier. Und die Erde-Elemente hat mit Realität etwas zu tun. Das sind nicht die Träumereien, sondern das sind Taten. Das ist Realität. Also heute sollen wir diese Zweifel überwinden und in diesem Traum, in dieser Vision, in dieser Sehnsucht auch glauben. Und wie sind die Einflüsse von Sternen? Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Wider. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreis zeichnen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreis zeichnen Steinbock und bekommt einen Einfluss von Vega. Das ist eine sehr schöne Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab einmal ein Hirtenjunge, Altair, und ein Fee im Himmel, und das ist diese Vega. Und diese Fee verliebte an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde und wurde Weberin. Bis dann der Himmelskaiser oder die Sonne und die Himmelskaiserin, das ist der Mond, haben das natürlich entdeckt, dass diese Fee nicht mehr im Himmel ist, sondern auf die Erde bei den Menschen. Und dann sagte der Himmelskaiserin, wir sollen diese Fee zurückholen im Himmel. Und so geschah das auch. Also sie haben diese Fee zurückgeholt im Himmel und damit waren die beiden Liebenden, Altair und Vega, getrennt. Bis dann der Neb sagte, ach, das kann ich gar nicht zuschauen, dass die beiden getrennt sind. Ich baue jetzt eine Brücke aus Schwanen, dann können sie wenigstens in dieser Brücke treffen. Und sie treffen sich auch und sie vereinen sich miteinander. Und es ist der Tag der Liebe, der siebte Tag im siebten Mondmonat. Und es ist ein Feiertag bei den chinesischen und auch bei dem japanischen Kulturkreis. Und dieser Deneb, der eine Brücke baut aus Schwanen, befindet sich im Sternbild Schwan. Und die beiden Liebenden, Altair und Vega, trennt die Milchstraße, was die Chinesen als gelben Fluss angeschaut haben. Also trennt ein Fluss die beiden. Und so stehen auch im Himmel Altair Vega, die beiden Sternen stehen gegenüber, die beiden trennt die Milchstraße und die Mitte ist Deneb im Sternbild Schwan. Also so sind die Sternbilder und da sind die Mythologie dazu, diese Geschichte dazu. Und diese Vega, diese Fee, diese Weberin beeinflusst die heutige Mondbewegung. Und das hat auch eine Bedeutung, gerade wenn Mars und Venus in solche schöne Verbindung steht, gerade an die Liebe glauben und die Verbindung suchen und zurück zu unseren Wünschen, das in Realität umsetzen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen wieder in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreis zeichnen Waage in Westhorizont unten. Sie halten den Gleichgewicht. Und für die Wiedergeborenen bedeutet das wahrgenommen werden oder etwas ins Licht zu bringen. Bei Gesprächen ist es etwas schwierig oder immer noch ratsam schweigen, nicht viel zu erzählen. Und wenn diese Gespräche, diese geheime Gespräche von anderen kommt, dann aufpassen, vorsichtig sein, welche Geheimnisse handelt sich oder welche Intrigen laufen im Hintergrund. Das ist natürlich auch möglich. Nicht schön, aber ist heute möglich. Und für die Wiedergeborenen ist es ein Aufstieg. Die bringen etwas ins Licht. Sie werden aktiv sein, aber auf den Gesprächen achten und wenn sie etwas vorhaben, eher schweigen. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, trifft dieses Liebesglück. Ganz klar, bei vielen Stiergeborenen ist eine Versöhnung oder verbessert sich etwas in die Partnerschaft. Oder die alleine sind, haben gerade das Glück, jemanden kennenlernen. Und vielleicht eine dritte Person spielt auch eine Vermittlerrolle, so wie diese Liebesgeschichte erzählt, so wie dann verbindet die beiden Liebenden. Das natürlich ist möglich bei Stiergeborenen, aber auch bei Steinbockgeborenen. Also Liebesglück ist da, da bewegt sich einiges. Bei den Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen sind wichtig die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Das bringen die Zwillingsgeborenen gerade in Ordnung. Eine gewisse Unsicherheit ist jetzt spürbar, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Leitigkeit. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist wichtig. Das Zuhause, da ändert sich etwas. Auf den Gesprächen achten, das kann unangenehm sein. Das kann wirklich darum handeln, dass jemand hinter dem Rücken irgendwelche Lügen erzählt oder Intrigen. Also bitte hinter den Kulissen schauen, was läuft in der Umgebung. Das trifft auch die Krebsgeborenen. Also nicht alle einzelnen Krebsgeborenen, das möchte ich nicht behaupten, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Was wichtig ist, die Zurückhaltung, das eigene Zuhause, das zu genießen, diese Ruhe genießen und die Liebe genießen, weil da haben die Krebsgeborenen aber auch Glück gerade. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, haben eine Aufgabe, sie suchen ihren Platz im Leben. Die Beziehung, die richtige Beziehung oder die Berufung, der richtige Arbeitsplatz und da orientieren sich gerade die Löwengeborenen. Viele Löwengeborenen sind es auch karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, was die natürlich bei Beruflichen ruft, nach der wahren Berufung. Das sind auch oft karmischen Erinnerungen, ein Bereich, wo wir Meister sind und natürlich das meldet sich. Dieses Bedürfnis ist da, die wahre Berufung zum Leben, aber auch in die Liebepartnerschaft. Auch die Neuorientierung, wobei gerade haben die Löwengeborenen eine gewisse Einschränkung, was die Liebepartnerschaft betrifft, kann auch noch eine Lärmaufgabe sein, was die Löwengeborenen noch bewältigen. Aber die schöpferische Kraft ist da und das beruflich umsetzen, da haben die Löwengeborenen bei dieser Art von Veränderungen in jedem Fall Glück. Die Tierkleidzeichnenden Jungfraugeborenen geht besser in beruflichen Situationen. In vergangenen Tagen war das eine gewisse Einschränkung da. Die Jungfraugeborenen haben auch Glück in die Liebepartnerschaft. Die Tierkleidzeichnenden Wagengeborenen sollen lauschen, was für Gespräche laufen, da aufpassen, weil sie können auf anderen zugehen, etwas klären, Harmonie bringen durch die Gespräche, etwas entdecken, was für Informationen sind es, hinter den Kulissen schauen, welche Geheimnisse wird gerade besprochen. Und wenn sie spüren, dass da Intrigen sind oder Spannung sind, dann sollen die Wagengeborenen um die Harmonie, um die Gerechtigkeit sorgen, weil das ist die Stärke, die Wagengeborenen und sie sind gerade gut gebraucht, also für andere Menschen da sein. Damit mal die Harmonie, dass einfach Ruhe einkehrt und die Frieden einkehrt. Gerade wenn es um irgendwelche Geschwätzereien gibt oder irgendwelche unangenehme Gespräche oder irgendwelche Intrigen, damit die Wagengeborenen können die Harmonie bringen oder die Gerechtigkeit. In Liebepartnerschaft sind die Wagengeborenen etwas unsicher, wobei das ist auch ein wichtiges Thema momentan bei den Wagengeborenen, die Liebe und Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnet, Skorpiongeborenen spiegelt etwas im Leben und das ist die Liebe. Und sie bringen das im Gleichgewicht, in Harmonie, wenn sie aktiv sind. Und so, jemand hat Erwartungen, das möchte ich damit sagen. Ein Herzesmann oder ein Herzesdame hat die Erwartungen und wartet und wartet. Und das sollen die Skorpiongeborenen gerade wahrnehmen, wie wichtig das ist. Ein Signal setzen oder die Kontakt suchen oder Gefühl zeigen. Und dann kommt es auch ein Zusammenkommen, kommt alles im Gleichgewicht. Die Tierkreis zeichnet, schützen, geboren, ist eine Wandlung, momentan die inneren Wandlung. Aber in den kommenden Tagen werden auch aktiv sein und kommen auch Veränderungen. Bei vielen Schützengeborenen spielt die Ausland einer Reise gerade auch eine Rolle. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass hinter dem Rücken jemand irgendwas redet und das ist nicht schön, nicht angenehm. Wo aber Glück haben die Steinbockgeborenen, das ist die Liebe-Partnerschaft. In der Liebe-Partnerschaft haben die Steinbockgeborenen Glück. Sie sollen auch ihren Wünsche achten, nicht viel erzählen davon, weil das kann auch zu Hindernisse führen, dass jemand versucht, das zu verhindern oder einen Stein im Weg legen. Damit müssen die Steinbockgeborenen und auch die Krebsgeborenen damit bewusst sein. Da lieber schweigen, was sie vorhaben. Und in die Liebe-Partnerschaft kommt alles in Ordnung. Bei Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen ist gerade ein beruflicher Aufstieg. Im kommenden Tagen wird es auch aktiv und kommt auch die Bestätigung. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen geht jetzt besser. Sie haben von etwas befreit und kommt alles im Fluss. Und es spüren gerade diese Leichtigkeit, die Fischengeborenen. Und sie haben auch Glück in die Liebe-Partnerschaft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.